Der Tag danach. Schneetief Karin brachte gestern im Rhein-Erft-Kreis verbreitet 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee. Starke Schneeverhöhung, wie man hinter mir sieht, hat es auch gegeben im Bereich Fließstädten und Wüßdorf. Heute Morgen bei minus 12 Grad, herrlicher Sonnenschein, strahlend blauer Himmel, ein Wintertag, den jeder genießen sollte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020